So sehen 1400 Kalorien aus. Das ist wirklich nicht viel. Manche Frauen, wenn sie abnehmen wollen, dürfen nur 1400, vielleicht 1500 Kalorien essen. Und das ist wirklich nicht viel. Kein Wunder, dass niemand eine Diät durchhält. Aber so sehen auch 1400 Kalorien aus. Du siehst eine riesige Menge, riesig viel Essen, gesundes Essen, gut zum Abnehmen, viel Volumen, viel Eiweiß, viel Gemüse, viele Vitamine. 1400 Kalorien müssen nicht wenig sein. Wenn du jemand bist, der nur wenige Kalorien essen darf, dann kann das genug Essen sein, damit du satt wirst. Genug Essen sein, damit du nie Heißhundertacken hast. Genug Essen sein, dass du mit einem vollen Magen schlafen gehen kannst, immer nochmal eine Pizza essen gehen kannst, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Lass dir nicht von irgendwelchen Influencerinnen hier im Internet einreden, dass du nur wenig essen musst, wenn du abnehmen willst. Das ist Quatsch. Ich als Abnehmexperte und Fitnesscoach, Ernährungsberater kann dir verraten, eine Ernährung, die gut ist fürs Abnehmen, wird dir gefallen, wenn du es richtig machst. Du musst natürlich wissen, wie. Du brauchst eine Ernährung, die auf dich und auf deinen Körper angepasst ist. Du musst genau wissen, was dein Körper braucht. Das große Problem ist, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag, einen anderen Körpertyp, einen anderen Stoffwechsel. Und wenn eine Influencerin, wie zum Beispiel Pamela Reif, eine Story macht und die gucken eine Million Menschen, dann sind das eine Million verschiedene Körper, eine Million verschiedene Stoffwechsel, eine Million verschiedene Körpertypen. Wenn sie einen Tipp gibt, dann kann er nicht für jeden individuell richtig sein. Deswegen hör nicht darauf, was du hier auf Instagram, auf TikTok siehst. Hör darauf, was du selber für dich in Erfahrung bringst, wo du weißt, es stimmt oder was dir ein Experte persönlich sagt für dich. Und weil ich natürlich hier auch 1000 Zuschauer habe, kann ich dir persönlich hier keinen Tipp geben, deswegen kann ich dir nur auf Instagram eine direkte Nachricht einen Tipp geben. Deswegen lade ich dich jetzt kostenlos dazu ein. Schreib mir einfach, wenn du willst, wenn noch nicht, auch nicht schlimm, bei Instagram einfach in der DM. Dann kann ich dir kostenlos mal ein paar Tipps geben, die nur für dich passen. Du musst natürlich schreiben, wie groß bist du, bist du schwer und so weiter. Du kennst es, schreib mir einfach bei Instagram. Henry-CL